Moving into your position. Oh mein Gott. Okay, Leute, lass ich aufräumen. Die Bastarde. Überall. Munition. Scheiße. What the fuck? Wir sind einfach rein und haben alle erschossen. Was ein Bastard. Sehr gut. Die wurde von dem dauernd bedroht. Wir haben die gerade gerettet, Alter. Holy shit. Schönen erwischt. Schönen erwischt. Spacken. Einen haben wir. Sehr gut. Oh mein Gott, ein Massaker. Ma'am, alles okay? Shit, jetzt hätte ich mal meine Ausrüstung gewechselt. Jetzt würde ich gerne unter Türen durchgucken. Du hast dich verraten, ne? Let's go. Die BANG ist bereit. Polizei, Hande auf! Polizei, Hande auf! Runter, runter, runter. Toll, wir dachten, das ist ein Terrorist. Low light deployed. Okay. Aber ist schon mal, wir haben jetzt schon hier alles gesichert. Stück für Stück. Sir, nur vorsichtshalber, ne? Das ist mir unsicher. Sie können sich auch so verkleinen. Jesus Christ! Oh, scheiße. Ist auch so ein Massaker entstanden. Alter! Ey, Alter, der steht einfach hinter der Tür. Da hab ich doch Schiss. Fuck. Werden alle angerufen. Quadamada. Terroristengruppe. Hier ist auch irgendwas passiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Holy shit. Ist aber auch groß, ne? Haha, verschlossen. Let's go. Okay, das ist jetzt hier. Ach du Scheiße. Alter, überall Leichen. Überall. Zieh mir das denn, zieh mir das denn. Weg hier. Weg hier. What the fuck? What the fuck? Ich hätte ein Bombenkürtel, Alter. Oh, ich hätte ein Bombenkürtel, Alter. Ich dürfte eine Scheiße-Bildgranate da rein. So, vorwärts. Du, was soll ich denn Was soll ich denn machen, wenn der Typ da so hockt Und dann hochkommt Aber der lebt noch nicht Da hab ich Stimmen gehört What the fuck Okay, krass, Alter Da ist jemand mit nem Bombengürtel Da muss man auch noch drauf aufpassen Ach du Scheiße Aber das ist schon richtig herbe, ne? Das ist aber richtig fett herbe Holy shit Das geht da richtig fett ab zur Sache Wusste ich gar nicht, dass da sowas ist Mit nem Bombengürtel Ja, ist egal, einfach runter Siehste, der Zep, da war ja einer mit so nem Springgürtel Den hatten wir auch verhaftet Ich hör was Schön Gas Er sagt No way So, diese Terroristen Da ist egal, da brauchen wir nicht drauf achten Ob die überleben Siehste mal, der hatte auch ein Bombengürtel Alter, was für scheiß Terroristen hier Runter mit den Viechers Alter, was ist das hier? Ah, der hat überlebt Keine Dreck schweigen Wir sind die SWAT-Einheit, du verdammter Pisser So, Stück für Stück Vielleicht auch noch hier ne Tatwaffe Ja, jetzt genug Weg mit dem, sofort Überleg mal, was die hier getan haben Ja, scheiß drauf Ja, verreckt doch Du Mist Mist Vieh Du Mist Sau Ja, Leute Einmal fordern reicht Danach ist vorbei Ey, guckt was die hier getan haben Die haben ja alle abgeschlachtet Wie, wie Tiere Okay, ich verteil jetzt mal hier kurz Scheiß drauf, ich hab's doch bei Scheiße, die Wachmänner Doch Ja, hier sind sie sicher Hör mal Ich weiß nicht von wo Mensch Verspät mich doch nicht immer den Weg Weg Haben wir Okay, jetzt könnt ihr mal vorgehen Jetzt könnt ihr wirklich mal vorgehen Vorwärts Sehr gut Passt auf Sofort schießen, wenn einer da ist Sehr gut, sehr gut gemacht Vorsichtshalber Sauber Sauber Auch vollkommen bewusst Gar nicht jetzt irgendwie auf dem Körper oder Bein Probiert Gleich sofort auf dem Kopf Sofort Kleiner Wichser Ich hab ein Glück nichts abbekommen Alter, krass Sofort ausschalten Sofort ausschalten Runter jetzt Ich sag's dreimal, sie sagt no Was, eine Bombe? Gott Erstmal, ja Scheiße Ich hab was gehört Oh mein Gott, das geht hier noch runter Oh So Sir, könnten sie jetzt mal bitte runter jetzt Ja, machen wir Aber dann müssen sie auch Folge leisten Toiletten Toiletten Bereit? Go So Okay, alles leer Steh ich doch nicht vor mich? Berlin Ich bin alle angerufen, weil sich alle Sorgen machen Na super Eigentlich alles gesichert Jetzt Müsste so sein Eigentlich wirklich alles gesichert Und jetzt ist noch das hier Irgendwas inside Noch irgendwas unterirdisch Ganz vorsichtig Ganz leise Oh fuck Okay, das ist groß Scheiße und viele Ecken Oh, 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 oh Nicht diskutieren Hände hoch Sehr gut Ja, sicherheitshalber Sicherheitsmaßnahme, Sir Nur wegen den Bombentypen habe ich jetzt so eine Angst Die bereiten mir echt Angst Deshalb schön leise laufen Oh, siehste Guck mal Ist auch nochmal ein extra Weg Guck mal an Ah, von da kommt ihr Ja, moin Fuck Fuck, fuck, fuck Sir I'm not the bad guy Ey, alter Wenn ich sage Hände hoch Dann Hände hoch Khôngxaat impoker Hände hoch Hände hoch Ja, Senhor Ground on your knees You need to relax halt die fresse jetzt verschlossen holy shit okay weil wir aufpassen müssen mit ein bombentypen muss man die strategie nehmen vorwärts rein 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 krass 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 rotte fach schießen hat er ein bombengürtel um sich ich brauche verstärkung guck mal leute polize hands up polize hands up hands up alter hey da leg ich dir gerade handschein an da kommt die hier rangerannt ey ok nimm die mal fest ich wills nicht ja wir müssen irgendwie die bombe können wir die irgendwie entschärfen können wir die nicht entschärfen nochmal extra an ihr ok ma'am alles wird gut alter hier ist auch noch unterirdisch ah das ist hier der weg ok vier 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 v Ah, sie haben eine Bombe! So, okay. So, Leute. Jungs. Gute Arbeit. Wir haben die Scheiß-Terroristen erledigt. Ein paar sogar noch verhaftet. Let's go. Zurück. Raus. Einfach raus aus dieser Hölle. Scheiß-Terroristen. Guckt euch das an, Alter. Mitten auf dem Dancefloor. Alles hingestapelt. Die ganzen Leichen hin. Mit den Stühlen. Alter. Boah, macht der nicht. Mann. Jetzt reicht's aber. Da dachte ich, das ist eine Bombe, Alter. So, Männer. Abzug. Gute Arbeit. Trotzdem natürlich ein sehr trauriger Tag. Massenmord. Holy fuck. Das hätte eher gepasst zu Terrorist. Das war jetzt eigentlich was ganz normales. Aber... Das wär eigentlich passend zum Modus Terrorist gewesen. Ist es ja eigentlich auch gewesen. Eigentlich war es Terrorismus. Abzug. Talk to Entry Team. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Great job. Oh, wie das leckt. Na immerhin. Okay, alles klar. Yo. Dann würde ich sagen, dann war's das an der Stelle. Erstmal wieder. Und mir ist mal aufgefallen, wir waren auch gar nicht verletzt jetzt diesmal. Haha. Gar nicht verletzt. Die haben nur, glaube ich, die Panzer getroffen. Ja. Denn, äh, ja. Klar. Und nochmal zum Fazit nochmal. Äh, ja. Feier ich extrem hart. Das Game ist extrem geil. Finde ich wirklich, wirklich. Der Knaller. Richtig geil. Genau mein Ding. Richtig schön nice. Auch mit dem Nachladen. So, wenn ich jetzt schießen drücke. Hab ich dann auch gemacht, wo immer meine Muni auch mal alle war. Äh, da wechselt der nicht mehr, wie man's gewohnt ist automatisch. Der musst du selber schon auf R drücken. Das macht der nicht, wenn du schießen willst. Ah, okay, du willst schießen. Okay, ich lad für dich nach. Nee, nee. Du musst an alles selber denken. Auch wie viel Muni du noch drin hast. Und, und, und. Aber, bis dahin, würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne. Macht das gut. Haut darin und bis bald. Macht's gut. Ciao. Hallo. Na, auf ... Hallo. Hallo.